Der Manueli ist brillant und manchmal geisteskrank Ich geh in Ragnarok rein 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 Ah die Schutzzeit ist noch an Ja ich weiß Oh mein Gott Geh doch rein Oh mein Gott Klaus Oh mein Gott Wir müssen die sofort runterkicken Einen hab ich Nein er hat sich gerettet Er hat keinen Knockback Er ist in den Donut tot Ja genau er hat sich wieder gerettet Alter er ist Gott Hier kommt wer mit einer Enderperle hinter uns Alter Leute da um sie noch mehr Da um sie noch mehr Hilfe Da oben sind noch mehr Renn weg bleib hinter mir Baby Ich hab dich gehealt Danke Dir fall gewaltig Ich spring mit runter Aber wir haben schon gewonnen Ja Oh dann seh ich ihn doch Ich bin tot Ich bin tot Ich bin wahrscheinlich tot Und Das kenne ich auf gar keinen Fall Bin ich mir ziemlich sicher Dass ich hier noch nie war Ah doch war ich Okay Hä es sieht aber anders aus Warum sieht denn das auf einmal Hä Ich verstehe nicht Hat dir was verändert Oder bin ich einfach doof Schreibt's mal in die Kommentare Okay Okay mal erst mal den Part liken Und dann Schreibe ich dem jetzt Den Kommentar Lieber German Let's Pally Da wurde Gar nichts Verändert Ich Frag mich Wie du Darauf kommst Du Arschloch Was soll das Immer mit in die Kommentare Schreiben LG Dein Tom Oh Mann ey Erstmal den Likeparten Den Likeparten Bin ich behindert Oh Mann Oh Mann ey Hinter dir Vor allem Du hast dich gar nicht umgedreht Du hast dich einfach einmal Im Kreis gedreht Ich hab den getroffen Alter das war der krasseste MLG Shot Verwurde Und Ich hab die